Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Edelhelfer. In meinem letzten Video haben wir uns mit der Software South for Swift beschäftigt. Ich habe euch da gezeigt, wie ihr South for Swift installieren könnt, wie ihr es für euch anlegen könnt, konfigurieren könnt. Und viele von euch haben da schon gesehen, dass ich sogenannte Mods nutze. Das sind kleine Zusatzprogramme, die die Daten von South for Swift nochmal anders darstellen, anders aufbereiten. Und in dem heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr selbst diese Mods in euer Programm integrieren könnt und dann auch die Daten so für euch darstellen könnt. Viel Spaß damit! Wenn ihr Mods mit South for Swift nutzen möchtet, dann müsst ihr diese vier hier dargestellten Schritte einmal ausführen. Das heißt, ihr müsst im ersten Schritt einen Ordner anlegen an einer bestimmten Stelle an eurem System. Ihr müsst dann die Mod-Dateien finden, herunterladen und speichern. Ihr müsst dann South for Swift einmal starten, müsst dann dort den Mod aktivieren und dann könnt ihr den auch nutzen. Okay, fangen wir an mit Schritt 1, Ordner anlegen. Der Ordner muss an einer bestimmten Stelle in eurem System liegen und zwar in dem Dokumentenfolder oder dem Dokumentenordner. Das ist jetzt ein bisschen abhängig, wie ihr euer System konfiguriert und installiert habt, aber normalerweise ist dieser Ordner Dokumente, entweder heißt das hier dieser PC oder Computer, müsst ihr mal schauen, also dort, wo standardmäßig die Dokumente gespeichert werden, dort legt ihr einen zusätzlichen Ordner an, den nennt ihr South Mods und in diesen Ordner kommen dann die entsprechenden Ordner mit den Mods. Danach müssen wir in einem zweiten Schritt die Mod-Dateien herunterladen und speichern. Das ist jetzt insofern ein kleines Problem, weil es gibt keine zentrale Stelle, also keinen Marktplatz oder so, wo man diese Mods finden und dann herunterladen kann. Das ist im Moment noch ein bisschen unglücklich. Daran wird gearbeitet. Ich weiß vom Entwickler, dass er da an einer Lösung sucht. Ich werde euch jetzt unten mal einen Link in der Videobeschreibung verlinken und wenn ihr dem Link folgt, dann landet ihr hier auf dieser Seite und wenn ihr dann oben bei dem grünen Feld Code einmal draufklickt, dann bekommt ihr dann die Option Download Zip und wenn ihr da draufklickt, dann werden die Dateien, die hier im Hintergrund dargestellt werden, in eine Zip-Datei zusammengefasst und ihr könnt die dann downloaden beziehungsweise der Download wird dann hier mit diesem Klick hier drauf dann schon gestartet. Damit habt ihr diesen Mod hier auf eurem System schon mal heruntergeladen. In einem weiteren Schritt müsst ihr jetzt diese Zip-Datei oder aus dieser Zip-Datei den Ordner, den ihr hier seht, bitte lasst euch hier nicht von der Versionsnummer irritieren, aber hier der Ordner, der eben mit Dosenhuhn anfängt, den entpackt ihr in den Ordner Southmods, den ihr gerade angelegt habt, sodass ihr hier diese Struktur dann habt. Also ich fasse das nochmal zusammen. Ihr habt hier dieser PC oder Computer, dann den Dokumentenordner. Dort gibt es einen Unterordner, der nennt sich Southmods und in diesem Unterordner gibt es einen weiteren Ordner und der hat eben den Namen von dem Mod, den ihr downgelogen. Und in diesem Ordner gibt es dann diese Dateien oder ähnliche Dateien, aber das ist so die Grundstruktur, wie eben so ein Mod aussieht und diese Dateien müssten dann eben in diesem Ordner sein. Wenn ihr das gemacht habt, habt ihr die ersten beiden Schritte schon erledigt und wir starten jetzt South for Swift und wenn wir das gestartet haben und hier diese Flasche unten in der Taskleiste erscheint, dann klicken wir da mit dem Rechtsklick drauf, gehen dann auf Settings und kommen so in die Settings von South for Swift. Und in diesen Settings können wir dann ganz rechts auf den Tab Mods gehen und haben jetzt hier die Möglichkeit, den Mod, den wir gerade runtergeladen haben, zu aktivieren. Das heißt, ihr setzt dann hier den Haken, werdet dann aufgefordert, South for Swift nochmal neu zu starten und wenn ihr das gemacht habt, dann stehen euch dann künftig die zusätzlichen Optionen, die in diesem Mod enthalten sind, zur Verfügung. Das heißt, wenn ihr dann auf das Feld Windows geht, dann bekommt ihr hier eben die zusätzlichen Optionen angezeigt. Und dann verhält sich das ganz normal wie eben die Fenster, die ihr bereits im ersten Video kennengelernt habt. Das heißt, ihr klickt hier ein Fenster an, was euch interessiert, was ihr euch anschauen möchtet, wählt das aus, klickt hier auf Create und dann erscheint dieses Fenster und dann könnt ihr das ganz normal bearbeiten. Auch das habe ich ja im ersten Video bereits erklärt. Rechte Maustaste könnt ihr auf das Zahnrad, mit der rechten Maustaste auf dem Fenster könnt ihr auf das Zahnrad klicken, kommt dann in die Optionen und da gibt es für jedes Fenster dann auch eigene Optionen. Muss man sich ein bisschen durcharbeiten, kann jetzt hier nicht sämtliche Optionen euch zeigen, aber die sind eigentlich selbsterklärend, das funktioniert eigentlich ganz gut. Und ansonsten einfach mal ausprobieren. Und ja, dann soll es das eigentlich auch schon gewesen sein. Also ihr müsst zwingen, das erste Video, das ich bereits hochgeladen habe, anschauen, damit ihr die Grundlagen für South for Swift kennt. Und jetzt hier mit diesem Video seid ihr jetzt auch in der Lage, eigene Mods, beziehungsweise Mods, die Personen mit besonderen Fähigkeiten, ich gehörte leider nicht dazu, kreiert haben, die dann auch für euch zu nutzen. Ihr könnt gerne den Mod nutzen, den ich euch unten verlinkt habe. Ihr könnt aber auch, wenn ihr South for Swift nutzt, dort ist ja im Installationsprozess auch der Hinweis auf den Discord-Server. Dort könnt ihr euch auch dann entsprechend anmelden, bekommt dann auch da den Zugang freigeschaltet. Und dort gibt es auch einen Channel, wo eben Mods geteilt werden, zur Verfügung gestellt werden. Und dann könnt ihr euch die auch da entsprechend runterladen. Ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Kurzes Video, kurz und knackig. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne was in die Kommentare. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da oder abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann bekommt ihr auch einen Hinweis, sobald ich wieder ein neues Video hochlade. Bis dahin, viel Spaß, macht's gut, ride on!